Welcome back everybody, ach so, wir wollen weitermachen mit dem absoluten Hasslevel. Ich weiß nicht, wie ich diese Pflanze angehen soll. Ne, absolut keine Ahnung. Cool, Glück. Darf ich Glück haben? Ja, ich hoffe. Ich weiß es nicht, die ist unglaublich schnell. Die ist unglaublich ekelhaft. Ah, you're a Darkwing Duck. Gibt es irgendeinen Move, den ich nicht kenne? Ich kann ja wirklich nur hin und her laufen. Oder ist sie einfach nicht zu besiegen? Okay, den Hund geht weiter. Ah, dumm, 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 dumm. Ich lasse einfach die Pflanzen stehen. Ich denke, das ist meine... Oh, ne, die kann ich besiegen. Okay, das war irgendwie voll der Irrtum. Ja, Game Over natürlich. Boah, unglaublich kacke. Das ist ekelhaft. Ja, hi. Hi. Ja, gut, nichts. Noch ein Hit. Danke. Oh, ich danke euch. Okay, das war viel Glück. Stopp, 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 stopp. Ach, gib doch volle Helf. Stopp. Gürtelrose. Sieht echt aus wie eine Gürtelrose. Hundi, Hundi, Hundi. Komm, komm. Danke. Okay, was machst du? Ernsthaft? Ernsthaft jetzt. Du machst quasi nichts. Geil. Boah, was für uns nützlicher Gegner. Oder schwer. Alles klar. Damit kann ich arbeiten. Oh. Gas Munition. Ähm. Komm her. Das wäre cool. Ach so, ich muss ja. Hm, okay. Ja, ja, schon verstanden. Schon verstanden. Ja, das ist natürlich kacke dann. Äh, wie ist das? Wie? Na ja, gut, kann ich mir gleich Gedanken machen. Ich muss erst mal wieder hinkommen. Ich muss erst mal hier wieder durch mein Ende. Wie soll das? Okay, ich lass dich mal runterkommen. Aber du hast eine verdammte Reichweite. Stirb, danke. Gut, das macht es schon mal etwas einfacher. Jetzt den Hund besiegen, dann dürftest du kein Problem mehr sein. Okay. Okay. Dem Geheimnis auf der Spur. Okay. Stirb, 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 stirb. Ey, sehr gut. Jetzt habe ich es raus. Gut, 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 gut. Äh, du bist ekelhaft. Äh, nee, du Hundi, dich, äh, brauche ich gar nicht. Komm, runtergeflogen. Danke. Lass mir mal was da. Oh, Mann. Ah, die sind nutzlos, die Viecher. Wir haben halt keine hohe Aktionsweiche, also keinen hohen. Ja, äh. Merkus, wie heißt es? Welches Wort suche ich, Leute? Ah. Ja, da weiß ich noch nicht, wie ich dem ausweichen soll. Kriege ich aber auch noch raus. Ah, du warst fies. Und? Ach, nee, nur Gas. Okay. Lass mir mal einer was da. Hallo. Du. Du hast schnell. Okay. Du vielleicht. Nein. Okay. Keine Ahnung, was das soll, aber... Warte! Oh, nee. Nicht schon wieder, ne? Nicht ernsthaft. Ah! Werde von... Oh, leben, 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 leben. Okay, stirb, 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 stirb. Nein, 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 nein. Oh, wie fies. Immer dieses blöde Backtrack... Nein. Dieses blöde Backtracking ist so ätzend. Okay, ich hab' ich auch ganz froh bin. Okay, ich hab' ich hier mal raus. Und das ist kein Problem mehr. Worüber ich ja auch ganz froh bin. So, wenn ich die Pflanzen nicht angreife, hab' ich so das Gefühl, dass sie mich auch erstmal nicht angreift. Nur wenn ich dann zu nah rangehe, das ist sehr gut. Diese über-aggressiven Pflanzen, ne, mein... Ich weiß schon, warum ich keine Pflanzen... Oh, ja, jetzt krieg' ich mal Vollhilfe. Super, das bringt mir jetzt nicht sehr viel. Stirb, danke. So hängt er eigentlich nur in der Hundehütte drin. Stücquillerei! Ihr seid so nutzlos. Ja, da gibt's mir jetzt mal Munition für... Hab' ich hier, hab' ich sogar. Ach, dieses Fiden die ganze Zeit. Du bist ätzend. Ja, so geht er nicht. ich bring mich ja das war so quasi halt die klappe jetzt vom spiel super es fängt schon software anmengen sang nicht zu mögen ja natürlich du mich auch ist noch nicht mehr schön danke okay hab nix gesagt drecks arschloch ja da werde ich mal wieder flatter mann okay du bist nützlich du bist nützlich du bist nützlich okay du gibst mir ein kleines geschenk ein gift quasi ahaha ihr wisst schon gewinnt ja das heißt ich in fünf ladungen keine waffe eigentlich wie macht man dich okay so wunderbar ja es ist einfach so irgendwie sehr gut sehr gut noch mal schade wäre zu vieles gut gewesen wunderbar 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 stirb ja und naja ich hab jetzt raus ich hab's jetzt raus ich hab's geknackt wasserfall gut cool cool schon mal vorsorglich schießen das tut ja überhaupt nicht mehr in den augen ne überhaupt nicht so oben oder unten unten wegen der waffe oben hätte es vielleicht ein leben gegeben kann ich mir vorstellen ne punkte hier ist nochmal was habe ich äh das will ich gar nicht ich finde diese blitzkanone wesentlich besser hä ah ich muss wieder zurück oder was äh oder oder oh ok danke für die mitteilung die jetzt jeder gesehen hat ähm muss ich jetzt wirklich wieder zu oh gott alles klar hä ne geht das überhaupt ja wenn ich getroffen werde irgendwie nicht alle das ist ja beschissen ok wer das implementiert hat der wird geschlagen aber zu nein ich muss da runter ne das ist ja die eigentliche möglichkeit gut ja ich war mir nicht sicher weil es war eine klippe aha ok jetzt wird es richtig fair ich merkte oh ich merke schon na gut dann flieg hi batman ich bin batman hä was was äh 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 hä was ist hier los wo geht es hier lang und da war offenbar irgendwas und hier musste ich runter hä äh äh was ist hier ok helm und dann danke du bist cool du bist ja cool du bist weniger cool aber jetzt hör auf mit dem scheiß backtracking hier ja danke nein ich will ich will das haben was bist du denn fieses wieso bin ich da runter gefallen was ist denn hier los verarsch mich nicht viel zu hoch äh man dummes spiel verarsch mich nicht ich bin alt ach schon wieder aber brauchte ich jetzt glücklich das ist nicht ach ja ernst ach komm danach geh einfach weiter komm ich lass dich in ruhe du lässt mich in ruhe es ist eine abmachung mit der ich sehr gut leben kann ja man muss nicht gegner immer töten das ist arschloch sind wir am ende ja buchsbaum was machst du das ist cool ah da da ja ich weiß noch nicht ganz wann er anfängt die scheiße zu ok das ist wies stirb so wirf ok ja das ist ja fies das ist ja ungefähr nein nicht game over ok muss ich mit leben genauso wie mit diesen also nicht mein gesang ist der hit aber ja wisst schon lassen wir die schlechten wortspiele jetzt stirb du auch ah jetzt bin ich motiviert was zu parken parken na komm hundilein ich bin gut zu vögeln ha 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 ja der musste sein falls ihr euch immer gefragt hat ja er muss sein nein 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 auch wenn du kein knie nach welchem vorbild hast ich verzeihe dir es ist doch nicht so schwer zu sterben ich schaffte es jetzt mit leben hier okay das ist lustig leute ich mache dann mal auf wiedersehen danke fürs zugucken